Ladies und Channelmen, willkommen zu einem neuen Video. Ich kann immer noch nicht fassen, was gerade passiert ist. Ich habe gerade so gedacht, ja, was könnte ich denn für ein Video bringen und dann ist mir die Idee gekommen. Ich glaube, noch kein anderer auf dieser Welt hat diese Idee bereits umgesetzt. Ich bin der Erste, der diese Idee verwirklicht. No. Und zwar habe ich diese Seite gefunden. Achtung, was passiert, wenn wir hier klicken. Er zeigt uns, welche Waffe wir verwenden dürfen. Die Challenge ist simpel. Ich klicke vor der Runde auf Waffe generieren. Wenn ich die Waffe im Spiel gefunden habe, dann darf ich nochmal klicken. Und dann darf ich die nächste Waffe verwenden. Also, habt ihr es verstanden? Oh, okay, gut. Dann schauen wir mal, was unsere erste Waffe wird. Drei, zwei, eins. Oh, fuck. Äh, nein. No. Okay, unsere erste Waffe ist eine seltene Pistole. Das können wir schaffen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wir haben es geschafft. Die erste Waffe ist gefunden worden. Okay, zweite Waffe. Graue? Ah, ja. Ja, das geht. Das geht. Oh, mein Gott. Okay, dritte Waffe. Ist nicht im Spiel. Ist nicht im Spiel. Ist nicht im Spiel. Hatten wir schon. Okay, 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 okay. Okay, zuerst müssen wir kurz jemanden klappen. Der bekommt so auf die Fresse. Wollt ihr meinen EQ-Play sehen, wie ich das grüne Sturbengewehr bekomme? Wir gehen hier einfach rein und upgraden die Scheiße. 10, das ist, das ist, das geklappt. Ähm, Update. Ich war die ganze Zeit auf meinem zweiten Screen. Bro, what are you talking about? Nein! Er ist immer ein One-Shot gewesen. Nein. Ich bin fertig mit diesem Spiel. Mir reicht's, mir reicht's. Ich bin raus. Ich bin fertig mit diesem Spiel.